Wir entwickeln mit Academy 5 ein Hochschulverwaltungssystem. Das bedeutet, wir orchestrieren den gesamten Student Life Cycle. Wir schaffen zunächst eine medienbruchfreie Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse. Das führt zu einer riesigen neuen Datenbasis, die der Hochschule ganz neue Möglichkeiten gibt. Beispielsweise konnten wir ein Frühwarnsystem für Studierende etablieren, aber natürlich geht es auch ganz stark um Effizienzsteigerung, um Automatisierung. Worauf wir besonders stolz sind, ist das Thema, dass wir Studium und Lehre zum allerersten Mal für Studierende personalisieren können. Datensicherheit ist natürlich einer der wichtigen zentralen Punkte für Hochschulen. Auf der einen Seite müssen die Daten jederzeit verfügbar sein und auf der anderen Seite müssen die Daten aber auch sicher sein. Dementsprechend haben wir in Zusammenarbeit mit AWS Cloud Architekten die Foundation Technical Review durchlaufen und haben damit mittlerweile ein super Setup geschaffen, um unseren Kunden sowohl eben das Thema Datensicherheit als auch Verfügbarkeit, Stichwort mehrere Availability Zones, aufgeteilt in unterschiedliche Rechenzentren, aber natürlich auch Application Firewalls und die ganzen Sicherheitssysteme. Da sind wir unheimlich froh, dass wir mit AWS einen Partner haben, der uns auf dieser Reise begleitet und den Hochschulen damit auch in der Zukunft ein super sicheres System zur Verfügung stellt.